Barry! Was? Lamy ruft an! Oh mein Gott! What? Heyo, Barry! Oh mein Gott, Leute! Heute wird sich Lamy mit Barry treffen! Ah! Barry ist einfach der größte Lamy-Fan! Er ist sogar mehr Fan als ich! Er ist auch gleich star und er wird heute alles tun, um mit Lamy ein Fan-Foto zu bekommen! Oh mein Gott! Aber bevor es losgeht, liked alle dieses Video und kommentiert mit Hashtag Barry! Hashtag Team Pink! Für immer, immer, immer! Hashtag Team Pink! Pink und so mag's unser Glück! Hashtag Team Pink! Barry schafft es einfach nie pünktlich zu kommen! Es war 13 Uhr abgemacht, jetzt ist es schon 13.05 Uhr! Jetzt ist er da! Endlich! Mann! Er kommt immer zu spät! Das kann doch nicht sein Ernst sein! Ich mach mir jetzt die Tür auf! Hi, Barry! Hallo! Hey, Barry! Hallo! Wie geht's? Was geht denn ab? Ey, heute müssen wir alles um Lamy zu treffen, oder? Boah, wie cool! Hast du eigentlich schon einen Plan, wie du es schaffst, die Aufmerksamkeit von Lamy zu bekommen? Ich meine, Leute, wie will man denn die Aufmerksamkeit von Lamy bekommen? Er hat einfach so viele Fans! Und wenn du auch ein Fan von Lamy bist, dann kommentier mal mit dem Hashtag Sui! Ja, also ich kommentiere jetzt schon mal mit Sui, weil ich bin ein Lamy-Fan! Ich bin auch ein Lamy-Fan! Hashtag Sui habe ich kommentiert! Cool, aber willst du den Leuten mal erklären, was Sui eigentlich ist? Äh, kennt ihr mich? Ich mach dir mal an, Hattet! Sui, Sui! Nanana! Uuuu! 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 Ey, Leute, Barry geht immer auf diesen Song ab, ne? Immer, wenn er im Auto sitzt, dann macht er das so laut! Leute, ey, er ist so unglaublich! Barry, aber das reicht jetzt nicht! Was machst du eigentlich noch, damit du jetzt Lamy's Aufmerksamkeit bekommst? Also, ich mach mir jetzt alle Lamy-Videos anließe, und ich kommentiere... Äh, meld dich bei Barry! Dein Ernst? Ja, ich mach das jetzt! Meld dich bei Barry! Ich mach das jetzt bei dem Video, bei dem Video... Also, du kommentierst, du kommentierst jetzt alle seine Videos? Ja, dann merkt er ja vielleicht, dass er sich mal bei Barry melden soll, oder? Ja! Voll schlau, der Barry ist schlau! Leute, das ist richtig schlau von Barry! Ich meine, wenn man sehr oft bei YouTubern kommentiert, dann merken die das ja auch alle! Wenn ihr zum Beispiel bei mir regelmäßig kommentiert, dann weiß ich auch, dass ihr Fans von mir seid! Und ich antworte euch auch oft zurück, oder, Barry? Ja! Janzel ist die beste YouTuberin! Ey, du hast gestern meine Schrott übernommen! Haha! Leute, wer hat das gesehen? Leute, ihr hättet einfach mein Handy gestern geklaut! Was dachtest du dir eigentlich dabei, als du mein Handy geklaut hast? Äh, du hast geschlafen? Und ich wollte so ein bisschen Quatsch machen! Ja, toll! Ich hab so ein Video wie das hier gemacht! Hallo Leute! Ich hab Janzels Handy geklaut! Und ich mach jetzt Quatsch! Also, hier sind Autogrammkarten! Janzel unterschreibt die immer! Aber wisst ihr was? Der Barry unterschreibt! Ja! Ja? Hast du dich, glaube ich, gefreut, als du das gemacht hast? Ja, voll witzig! Alle haben gesagt, Barry! 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 Okay, Barry! Aber das war jetzt bestimmt auch nicht alles, oder? Was machst du denn als nächstes? Der musste sich ja richtig bemerken, dass du überhaupt existierst! Ich hab eine richtig gute Idee! Ja? Lamy hat einen Kalender rausgebracht! Stimmt! Und ich werd mir jetzt den Kalender bestellen! Was für ein Fan! Voll cool! Ich meine Sui und Fidu! Oh mein Gott, Barry ist so schlau! Das stimmt! Und jeder YouTuber hat eigentlich seinen eigenen Merch! Und mein Merch, der kommt am 6.04. online! Leute, um 14 Uhr! Auf Janzelgül.de! Und der Link, der ist in meiner Videobeschreibung! Ja, das ist der Kalender von Lamy! Und ich kauf davon jetzt so... Zehn Stück? Ja! Oha! Eins für Fendi! Eins für dich! Oh, danke! Und für meine anderen Freunde, die kennt ihr nicht! Ah, cool! Ja! Kaufen! Barry, ey! Das war so krass! Und Leute, wenn ihr echt Glück habt, dann sieht Lamy sogar dieses Video auch noch! Oh mein Gott, Barry! Bis jetzt machst du richtig gut mit der Aufmerksamkeit! Und jetzt? Und jetzt, Barry? Äh, warte mal, ich überlege! Oh, ich hab eine gute Idee! Ja? Guck mal jetzt, ja? Barry, was machst du? Ich schrei jetzt nach draußen, dass ich Lamy-Fan bin! Barry, dein Ernst? Hallo Leute! Ich bin ein Lamy-Fan! Vielleicht hat Lamy ja gehört! Vielleicht hat er es gehört! Lamy! Lamy! Ich bleib' Fan! Ey, Leute! Barry, der kommt immer auf Ideen, ey! Er ist einfach der Beste! Nicht vergessen, lasst alle ein Like für Barry da! Er ist einfach der Coolste! Barry, magst du nicht einfach, äh, Roblox in Brockhaven reingehen und einfach spielen? Oh ja, das machen wir jetzt! Ja, weil bestimmt chillt er gerade auf Roblox! Ja, Lamy spielt immer Roblox! Ich weiß, komm, wir gehen jetzt schnell rein! Okay, wir gehen jetzt Roblox spielen! Ja, komm! Und ich gebe Roblox aus! Figo! Warte mal, du gibst Roblox aus? Ja, von dir! Ich hab gestern in deinen Chance Roblox gekauft! Oh! Barry! Das hab ich jetzt nicht gesagt! Entschuldigung, hab ich nicht gesagt! Ey, Barry, weißt du was? Was denn? Ich bin richtig nett heute! Ich geb dir sogar 10 Euro Roblox! Ey, das sind 800 Roblox! Ja, bitteschön, die kannst du nicht! Oh, dankeschön! Ich geh jetzt hier pro Kevin, weil da hast du mal Lamy's da! Okay! Ja, reingeh! Haha, ich spiel jetzt hier! Lamy, wo bist du? Ey, Lamy, ich finde dich nicht! Ah, ist das Emily? Ey, nein, das ist auch nicht... Ey, ist das Banani? Äh! Hier ist doch keiner! Ey, der sieht aus wie Banani! Ey, das stimmt nicht, du lügst! Der ist gelb, guck mal! Aber es ist auch nicht Banani! Mano! Barry! Ah, 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 ah! Barry, alles gut! Das war wohl nichts mit Roblox! Nein, das war nicht! Alles gut, Barry! Leute, es ist traurig! Barry, was ist denn los jetzt? Vielleicht hat er das... Vielleicht sieht er das Video! Ja, weiß ich nicht! Ja doch, das kann doch sein, Barry! Guck mal, was du schon alles gemacht hast! Du hast dein Buch gekauft! Du hast ihn markiert! Ja, mir egal! Ich will ihn jetzt sehen! Ja, okay, Barry! Warte mal, vielleicht bekommen wir gleich eine Nachricht! Barry! Was? Lamy ruft an! Oh mein Gott! Wow! Ja! Hallo, Lamy! Ähm... Ah, was? Du hast, du hast Barry eine Videonachricht geschickt! Barry, hörst du das? Oh mein Gott! Äh, ja, okay, schick gerne zu! Ja, wir hören uns das gleich an! Okay, tschüss, Lamy! Ja! Barry, hast du es gehört? Zeig her! Ja! Okay! Barry! Ja! Du siehst jetzt Lamy's Botschaft in 3, 2, 1... Ja! Ey, yo, Barry! Ich hab gehört, dass du ein großer Fan von mir bist und auch Roblox liebst! Weißt du was, Barry? Hör mir jetzt zu! Kanzel kommt mich ja bald auf Madeira besuchen! Und ja, ich würde einfach sagen, komm doch einfach mit! Und dann sehen wir uns, Sui! Aber sag mal, Barry, wie isst du eigentlich deinen Döner? Oh mein Gott, Leute, ich freu mich so sehr! Ey! Kanzel und ich fliegen nach Madeira! Und besuchen Lamy! Das ist so schön! Leute, wer möchte, dass Barry mit Lamy ein Selfie macht, der liked jetzt das Video! Oh mein Gott! Und wer nicht, der geht jetzt nach Hause! Oh mein Gott, Leute, ich freu mich so sehr! Barry kommt sogar mit auf meine Reise! Das wird so Spaß machen! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschüssi!